Star Wars Episode 3 Die Rache der Sith ist, wie ich finde, einer der besten Star Wars Filme und mit Abstand der beste der Prequels. Wusstet ihr aber, dass Episode 3 ursprünglich ganze 100 Minuten länger sein sollte? Auch wenn wir diese 100 Minuten nie zu Gesicht bekommen werden, wissen wir grob, was sich in diesen 100 Minuten abgespielt hätte. In diesem Video werde ich daher auf jede einzelne Szene eingehen, die wir in Episode 3 hätten sehen sollen. Auf Konzeptarts wie dieses von dem jungen Han Solo werde ich aber nicht eingehen, da es diese nicht ins Drehbuch geschafft haben. Ich gehe also nur auf Elemente des originalen Drehbuchs ein. Dieses Video war wirklich unglaublich aufwendig, weswegen ich mich umso mehr über eine Bewertung und ein Abo freuen würde. Jetzt aber viel Spaß mit dem Video. Ein viel wichtigerer Teil von Episode 3 sollte eigentlich die Befreiung des Kanzlers spielen. Dieser Abschnitt sollte ursprünglich eine Stunde länger dauern. Die meisten Szenen und Ideen wurden zum Glück verworfen, aber es gab auch einige brillante Szenen, wie der Tod von der Jedi-Meisterin Shakti durch General Grievous. Die Deleted Scenes und Ideen im Mittelteil des Filmes sind hingegen durchaus schwieriger zu beurteilen. Denn zum einen hätte es unnötige Szenen von Jar Jar Binks gegeben, aber zum anderen auch interessante Szenen, in denen Mon Mothma, Bail Organa und Padme Amidala planten, den Kanzler zu stürzen und eine Rebellion zu gründen. Auch Obi-Wan, Mace Wind und Yoda hatten solche ähnlichen Pläne. Diese Szenen hätten den Film enorm in die Länge gestreckt und sie basierten allesamt auf der Politik in Star Wars. Ich persönlich finde aber, dass man die Szene von Mon Mothma und Co. in dem Film gerne hätte beibehalten können, da dies den damals ohnehin schon schweren Übergang zwischen Episode 3 und Episode 4 verständlicher gemacht hätte. Die wirklich interessanten Szenen wurden aber ab diesem Zeitpunkt entfernt. In der 27-teiligen Darth Vader-Comics-Serie von Marvel wurde uns ja gesagt, dass Palpatine Anakin zu dem Mann gemacht hat, der er letztendlich wurde. Wichtig hierbei ist zu wissen, dass Palpatine nicht der Erschaffer von Anakin ist. Diese Theorie wurde von Charles Soule, dem Verfasser der Vader-Comics-Serie, widerlegt. In Episode 3 sollte aber Palpatine Anakin ursprünglich genau das erzählen. In dem Script stand folgendes Ich habe all diese Jahre gewartet, um dein Schicksal zu erfüllen. Ich arrangierte eine Konzeption für dich. Ich nutzte die Kraft der Macht, damit die Midichlorianer mit der Zellteilung begannen, die dich erschaffen hat. Ich glaube euch nicht. Aber du weißt, es ist wahr. Wenn du deinen Verstand klärst, wirst du die Wahrheit fühlen. Du könntest mich fast als deinen Vater ansehen. Das ist unmöglich. Dennoch musst du dich entscheiden. Ich persönlich hätte diese Szene großartig gefunden. Denn es hätte Episode 3 so viel mehr Tiefe gegeben und man hätte vor allem den inneren Konflikt Anakins noch einmal besser nachvollziehen können. Denn wenn Anakin gewusst hätte, dass Palpatine quasi sein Vater ist, hätte alles noch einmal anders ausgesehen. Die nächste Szene aus Episode 3 wäre wirklich einfach nur unglaublich gewesen. Ian McDermott, der Schauspieler von Palpatine, verriet auf der Star Wars Celebration nämlich, dass wir ursprünglich hätten sehen sollen, wie Anakin und die 500 Erste Legion den Jedi Tempel stürmt und wie sie alle Jedi töten. Außerdem sollten wir eigentlich sogar sehen, wie Anakin die Jünglinge tötet. Warum man sich gegen diese Szene entschieden hat, ist eigentlich logisch. Die Wahrscheinlichkeit, dass Episode 3 ab 16 eingestuft worden wäre, wäre sehr hoch gewesen. Die nächste Deleted Scene spielte sich auf Kashyyyk ab. Die Klone führten die Order 66 aus, Yoda tötete sie und im nächsten Shot war er bei seinem Raumschiff. Ein extrem zusammenhangsloser Abschnitt. Eigentlich war dies aber ganz anders geplant. Zum einen sollte die Schlacht von Kashyyyk rund 15 Minuten länger sein und wir sollten unter anderem die Tode von Luminara und Dohli und Barriss Ophi sehen. Und zum anderen wäre erklärt worden, wie Yoda zu seinem Raumschiff gekommen ist, ohne entdeckt zu werden. Denn in Wahrheit war dies viel schwieriger als gedacht. Tafel und Chewbacca mussten einen AT-ST der Klonkrieger entwenden und Yoda gelang es irgendwie auf einem riesigen Insekt zu fliegen. Danach gab es auch noch eine Szene von Obi-Wan. In dieser sollten wir sehen, wie Obi-Wan nach seinem Sturz im Wasser von einer Unterwasser-Kreatur gerettet wurde. Als Obi-Wan und Yoda schließlich auf Coruscant zurück waren, sollten sie zudem noch eine Handvoll Klonkrieger duellieren, die sich als Jedi verkleideten. Der Kampf zwischen Obi-Wan und Anakin wäre auch leicht anders gewesen. Zum einen wollte Padme Anakin mit einem Messer töten und Anakin und Obi-Wan hätten ihrem Kampf unterbrochen, um eine gewaltige Kreatur auf Mustafa gemeinsam zu besiegen. Als Anakin dann auf Mustafa verbrannte, sollte er zu Obi-Wan die Worte Rettet mich schreien. Dies hätte dieser ohnehin schon tiefgründigen Szene noch einmal viel mehr Tiefe gegeben. Auf Polismaster sollte Yoda schließlich noch mit Qui-Gon Jinn sprechen. Und dies wäre eine wirklich sehr interessante Szene gewesen, die von Anfang an erklärt hätte, wie Obi-Wan und Yoda die Lehren der Wills erlernten. Qui-Gon Jinn. Das kann nicht sein. Das ist nicht so, wie du bist. Nein. Ich bin ein Teil der Lebewesen, Yoda. Excuse me, Master Yoda. Obi-Wan Kenobi hat Kontakt gemacht. Danach würden wir noch sehen, wie Yoda auf Dagobah ankam. Dies wäre zwar an sich sehr interessant gewesen, es hätte aber die Yoda-Episoden von der sechsten Staffel von The Clone Wars extrem irrelevant gemacht. Natürlich hätte es noch etliche kleinere Szenen gegeben, die verworfen wurden. Aber diese sind einfach extrem irrelevant für die Story an sich. Zum Beispiel die Tötung von Watanbor oder wie Padme Schiff auf Polismaster landete. Letztendlich kann man sagen, dass Episode 3 ein wirklich sehr guter Film war. Diese Szenen hätten Episode 3 teilweise noch mehr Tiefe gegeben. Und gerade wenn wir gesehen hätten, wie Anakin und die Klone der 501. Legion den Edi-Tempel stürmten, wie die Schlacht von Kashyyyk wirklich aussah oder auch wie Palpatine Anakin verraten hätte, dass er sein Vater ist, wäre Episode 3 dadurch für mich beinahe perfekt gewesen. Das ist ein bisschen wie 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 Untertitelung des ZDF, 2020